Ja, denke ich auch. Aber wahrscheinlich wäre die auch sonst nicht so lange da stehen geblieben. Stimmt. Also würde ich zumindest nicht machen. Nee, der andere wäre schon längst abgehauen. Ja. Yay. Crane of Jeff, muss ich auch mal wieder durch. Wollen wir eigentlich auch mal hier Hermans Zeitraum oder sowas machen? Ja, warum nicht? Wollen wir das nachmachen? Nee, ist egal. Ey, die ist nicht verfault. Da wurde in den Kommentaren geschrieben, ob wir auch Hermans Zeitraum machen. Weiß ich, ob er das sagte, weil er gerne mitspielen möchte oder weil er wirklich nur einen Hermans Zeitraum sehen möchte. Aber müssen wir auch mal reingehen. War ich auch? Keine Ahnung. War ich da überhaupt schon mal drin jetzt in letzter Zeit? Nö. Also in irgendwas war ich schon drin und in irgendwas auch nicht. Monster Energy. Ich weiß, bei allem hatte ich vergessen, da ich mal drin war. So, was skill ich denn jetzt? Genau, Todesfeld ist versiegelt. Up in Cashhop. Gebrauchst gegen Generalcraft, dem Premium wie er schon zurück sonstiges. Da, Todesfeld für Okkult-Magerent. Das bin ich. Sobald insgesamt 60 SPS investiert wurden, kannst du auch für diesen Skill-SP eingesetzt werden. 30. Skill auf Effektstur 5. Beschwörst die Macht des finsteren Sensenmannes, um deine Gegner mit Todesurteilen auszusprechen. Sie allein schaden können, keine Skills mehr nutzen, sich nur noch langsam fortbewegen und explodieren nach einer Weile, auch im Sprung verwendbar. Das klingt nach einem PvP-Skill, oder? Ähm. Ja. Äh, Blaze hat das bekommen. Ja, hat sie gesagt? Ja. Sie eher es. Sie eher es. Du etwas, ey. Alterung. Ne, das klingt echt nach einem PvP-Skill. Beschwörst du? Was ist denn das Sensenmannes? Was ist das so auswählen? Ihr könnt kein Skills mehr verwenden. Was ist das? Aua, der Skill ist übertrieben stark. Ne, da muss ich die Hilfe meiner Community haben. Ich hab da jetzt keine Ahnung von. Ihr habt... Warum sagt sie mir das nicht? Ey, Julia, du bist ja der Geilste. Super, dass du mir das geschenkt hast. Hab ich mir schon immer gewünscht. Nö. Bei mir stillschweigen. Weißt du, Frauen unter sich. Der Mann, der ein Frauenkostüm trägt, muss dann wieder zurücksetzen. Was ist das denn? Plasma-Schneider. Oh ja, ich muss unbedingt ein Level abkriegen. Inventory? Ähm, der ist ein Junge. Also ab jetzt ist halt er, kein er, sie. Ha! Ich bin das so super. Gut, dann bist du ab jetzt er sie. Ich muss auch mal kurz Inventarsachen ausrü... Ne, ausrüstung hier. Hab ich nur was... Wie 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 was... Na gut, einen Dungeon machen wir erstmal. Dann möchte ich kurz mal gucken, ob ich ein paar Waffen craften kann. Ansonsten verkaufe ich den ganzen Shit. Mhm. Ach Mist, jetzt sind die Eskostanien alle. Ich könnte ins Wienerzimmer laufen, aber ich glaube, das mache ich lieber später. Oh, dann sind die Eskostanien alle. Oh. Kannst du was von meinen Kaubarums abhaben? Ja, wie denn? Komm her! Nee. Dann hat Eskostanien schon gestartet. Hm. Wenn nicht bealzt? Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Abgesehen davon kenne ich auch deine Adresse nicht, also... Kann ich so schicken. Hm. Ich verzweifle aber, dass ich, äh, vor, ähm, morgen da wäre. Wohl, okay. Je nachdem. Wow. Ich weiß nicht, wie viel... Oh, wir haben's erst... Wir haben's erst 10 vor 6. Ich dachte, jetzt werden's jetzt schon wieder 8 oder 9 oder so. Nö. Irgendwie verrechnet ich in letzter Zeit ständig mit der Zeit. Das hab' ich aber auch. Jetzt rat' mal wie Urlaub hat. Wird sehr dunkel. Wird halt irritiert. Das ist wie die Musik schon wieder zu lauter, ey. Das ist doch wie immer. Moment mal, hab' ich hier nämlich dynamische Kamera an. Dynamische Kamera ist doof. Nein, hatte ich nicht, okay. Ja. Okay. Wird mal mit dem Ton richtig einstellen. Jetzt kommt schon... Ich hab' jetzt wieder Probleme. Das war jetzt nicht... Ich hab' jetzt nicht mehr technische Schwierigkeiten. Jetzt wird alles klappen. Ich weiß das. Ich mag die Attacke. Kaum gesagt, schon hat das Internet wieder Probleme. Super. Hat der irgendwie einen Riesenkopf? Nein. Nein, ich bin einfach nur riesig. Wachstumstuhl gekriegt. Ah, Karius. Was, Karius? Karius tut weh. Ja, ha, die war schneller, glaube ich. Ne, warst du mit Sicherheit nicht. Hoff ich. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich habe auch so gut falsch gehört. Ich weiß jetzt nur nicht, was unten was oben war. Moment mal eben. Du bist so doof. Du bist voll gemein. Wow. Mein Inat spackt ab. Nein. Ich will das nicht. Hat sie gesagt, sie will weg? Okay, direkt meint sie das. Tja, komme Thierry halt alleine. Äh, bla 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 bla. Jule? Hallo? Ah, nein. Das hat schon wieder runtergefallen. Ja, ich bin da. Jule. 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 Komm. Jule, nein. Du musst dich beeilen. Hä? Du bist da? Sprichst du auch nicht? Die hat die Mikro schon wieder ausgeschaltet. Wenn du dich stumm geschaltet hast, dann gibt es aber Ärger. Ach, dich stumm. Dich stumm. Scheide ich dich. Ich. Ach. Wieder falsch. Für mich ist uns allein gelassen. Ich verstehe das gar nicht. Ich. Ich will doch niemandem was Böses. Ach, da ist noch einer. Ja. Ach, da ist noch einer. Ich bin wieder da. Wo warst du denn? Das war auch wieder mein Bruder. Diesmal wollte er ein Stück, aber er hat wieder erst versucht ins Mikroprische sprechen. Und so weiter. Hätte auch ruhig machen können, hättest du mir das Video gezeigt und dann macht er das nie wieder. Naja, ja. Wollte beim letzten Unbox mit meinem Vater auch drinnen lassen, als er da reingestürbt ist, aber... Er hat gesagt, krieg ich Hausarrest, deswegen hab ich's gelassen. Das war's mir dann nicht wert. Naja. Jetzt hab ich abgeschlossen. Ich hoffe, man kommen meine Eltern nicht und sagen's ja wieder aufschließen. Naja. Dann hat eben meine Schwester für mich weitergespielt, während ich versucht hab, die noch aus dem Zimmer zu bekommen. Das muss aber nicht humanik sein. Hat deine Schwester gerade weitergespielt? Ja. Wow, was war das denn? Neue Attacke. Die ist gerade mal auf Level 2. Cool. Cool. Neue Attacke. Neue Attacke. Neue Attacke. Neue Attacke. Neue Schwester, die hat... Die spielt eigentlich nicht wirklich. Wenn, dann spielt die immer bei mir. Obwohl die auch nen Account hat, aber... Bei der kann man ja nicht so wirklich aufm Rechner installieren, weil irgendwie... klappt das dann nicht so ganz... Weil die nicht so einen guten Computer hat. Also... Wo der ein bisschen voll ist. Und an wen nicht. Alter! Blödes Kackweg! Okay. Mal noch absetzen. Okay. Mal noch absetzen. Ach, verdammt. Ich hab's geschlossen. Warum mach ich denn so was? Was denn? Bisschen meine eigene Musik an. Was willst du machen? Ne, ne, ne. Hier, schickt ihr mal was. Ach, jetzt kommt ihr jetzt zu mir zurück. Der war für dich. Fick dich! Wann macht ihr das jedes Mal? So. Geh lieber mal unten lang. Oben ist kaum was. Ja, ich mach unten grad schon. Bist unten? Bin gut. Ich geh meistens um. Bei dem weißt du unten gehen. Achso. Du warst schon fertig. Eigentlich bringt's das Ding hier voll nicht. Ich hab mir so ganz den Sinn davon verstanden. Achja! Oh, Raven! Ich hab irgendwie total vergessen, dass mein anderer Bruder heute feiert. Naja, egal. Gar neben ihm. Und wie. Okay. Oh, ist Blaze tot? Ähm. Ne, nur fast tot, ne? Nicht sterben, Blaze. Das hätte ich jetzt natürlich nicht mehr gemacht, nicht so kurz vorher. Jetzt weg, jetzt weg. Jetzt geh weg, geh weg. Wow. Was war das? Famehook. Ich mach die Hook alleine. Wey. 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 Mhm. Vielleicht sollte ich... Ja, in das Zeitraum brauch ich vielleicht mal ein bisschen bessere Items. Möchtest du mal hier hin? Ich hab keine Cookies mehr oder sowas. Brauch ich Mana? Nein, ich brauch keine Mana. Sag ich jetzt einfach mal so. Moment mal. Hab ich nicht. Brauch ich nicht. Ich werde es aber nicht bis zum... Hab ich! Handschuhe. Sie sind sogar besser als meine. Mal wieder. Ja. Also kann ich auf jeden Fall schon mal ein Level 3er kaufen. Und ein Level 2er. Alles klar. Shop Special. Ein Level 2er. Ja. Und ein Level 3er. Hallo? So. Äh 1er. Zu wenig Platz im Materialordner. Ich... Doch Mann. Nicht traurig sein. Nee Mama. So. Items verkaufen. Fleisch. Weg. Ja. Perfekt. Und ich werde jetzt gemacht los. Oh, der Idiot. Der hat genau das eine verkauft, womit er die besten Sachen kriegt. Oh. Oh. Handschuhe. Kräften. Bam. Ach genau. Ich muss mich erst ausziehen. Mach dich schnackig. Und ich habe natürlich wieder keinen Platz hier im Inventar. Das finde ich ja mal sehr geil. Danke schön. Danke dafür. Ach, Pat. Hast du Hunger? Hättest du Bock auf so eine Socke oder ein paar Hosen? Die war doch schwächer als meine. Und das ist nicht für mich. War klar. Jetzt hat er natürlich wieder keinen Hunger. Verkaufen. So. Wo war ich jetzt? Zack. Crafting. Ach nee. Erst aus... Erst nackig machen. Dann Handschuhe craften. Keine Ahnung. Es muss mindestens ein Platz im Inventar sein. Doch. Fick dich. Tschuldigung. Ach genau. Warte, warte, warte. Handschuhe. Praktisch. Ach so. Ist klar. Zack. Und jetzt. Jetzt geht das, oder? Sag mir das, was jetzt geht. Ja. Fertig. Und. Schuhe. Raphon. Fertig. Fertig. Ja. So. Die kann ich ruhig auch noch was geben. Da kann... Nee. Das passt. Jetzt kann ich mich upgraden. Den Rock upgraden. Ein weiter. Die auf jeden Fall upgraden. Eins. Zwei. Und... Drei. Hast du noch ein paar Rüstungssteine? Nee, ne? Rüstungssteine? Ja. Rüstungssteine Level 3. Ähm. Nein, hast du nicht. Wunderbar. Ach genau. Ich hole mir jetzt Esskastanien. Bis gleich. Ja, bis gleich. Nur du deine Esskastanien.